und willkommen zu einer weiteren runde remastered freunde danke fürs einschalten virus und achmet mit am start hier einer rübst einer sagt hallo immer was andere andere begrüßung virus jawohl so jetzt spielt sie mal hier kollegen kommt einer langsam kenne ich die ganzen maps auswendig aber das bringt auch nicht ein viel die zwei gleich hier weg schön schön weg geholt einer da hinten wiederum den holi und assist er schaut in die falsche richtung wie das ist man habe den cold war durch was los durch was los da war auf einmal sind sie alle da alter kommt schon sind die hier man scheiße einer einfach helikopter alter einen helikopter 72 alter kurz mit der sanheit immer das blickte sieben was macht denn da in der ecke alter es macht ein bisschen oder da war gerade einer ein bisschen chillen hier im haus hey stirb hey komm ja stirb so ist noch einer irgendwo hey was überleben die hey ok jetzt luftschlag schnell raus hier ich hoffe ich kill mich nicht selber mit dem scheiß den habe ich noch erwischt den kollegen da scheinen im haus drehen alter da links rein links ja genau der assist habe ich dir geholfen kollege hier ein bisschen ach scheiße mann ich war zu langsam ich war einfach zu langsam nein oben oben du bist so ein missgeburt camper du elendige fotze du wieder einfach hubschrauber mann wieder einen hubschrauber hey komm schon wie assist alter wie viel assist will ich noch machen heute hier kümmert euch mal selber um die scheiß gegner alter klauen mir die ganze zeit die gegner weg hier die pisse ja stirb halt stirb kollege stirb ah tötet mich da tötet mich unglaublich also das war ein witz jetzt ich schiesse auf den typen der kommt um die ecke lauf noch fünf meter weiter alter und zieht pistole und bringt mich um komm schon lächerlich nein mann ich wollte den messern ich wollte den typ messern eigentlich die dem locker umgebracht aber ich will sie mal halt auf die harte tue dann kriege ich es auf die harte geschoben so schaut's aus freunde gegen sniper komm her die verkämpften sie alle nur noch hinten alter der weiner für dich habe ich das wenn du noch mal her kommst ja snipey boy snipey boy so schnell man es geht es nicht ein gott nahe mein gott nahe sag ich nur hey was ist das für ein witz mann was für ein scheiß witz alter ja genau kollege genau menschen du wer du bist alter jetzt kacke voll ab alter ich hab voll abgekackt wieder du spielst schon mal besser wie mir also passt gut auf jeden fall bis zum nächsten mal freunde ja